Den absoluten Eyecatcher für jeden Frühstückstisch holen Sie sich mit dieser Würfeleimaschine von InFactory in Ihre Küche. Die Maschine formt aus einem herkömmlichen Hühnerei ein Frühstück mit Ecken und Kanten. Pellen Sie dazu einfach ein hartgekochtes Ei und stecken Sie es noch warm in den Formkolben. Schrauben Sie jetzt den Deckel vorsichtig auf die Würfeleimaschine, bis das Ei rechteckig geworden ist. Für beste Ergebnisse sollte die Maschine nun für zwei Stunden im Kühlschrank ruhen. Sobald das Ei abgekühlt ist, können Sie es in eckiger Form wieder herausholen. Garantiert ein riesiger Spaß am Frühstückstisch oder auf kalten Platten. In diesem Sinne, guten Appetit!